Zunächst einmal bitte ich einfach um Entschuldigung, dass ich den ganzen Plan hier durcheinander gebracht habe, durch das späte Kommen. Es tut mir leid, dass es für euch jetzt auch so spät wird. Ich hoffe, dass das trotzdem geht für euch. Wir lesen zu Beginn heute Abend aus Epheser 5, die ferser 21 bis 33. Wir lesen heute Abend aus Epheser 5, die ferser 21 bis 33. Od 21 bis 33. V rozdział, listy do Epheser, od 21 bis 33 wiersza. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony, mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. I jeszcze z szóstego rozdziału wiersz czwarty. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Tematem dzisiejszego wieczoru i jutrzejszego jest życie, małżeństwo i rodzina według Bożych myśli. Dlaczego ten temat jest taki ważny? Ponieważ od początku Biblii aż do samego końca cały czas przedstawione są małżeństwa i rodziny. Po drugie, my wszyscy mamy do czynienia z rodzinami. Entweder, weil wir hineingeboren wurden, wir alle. Może po pierwsze dlatego, że wszyscy żeśmy się w jakiejś rodzinie urodzili. A wielu z nas znalazło partnera życiowego i założyło rodzinę. I ważne jest, aby w tym czasie tak wielkiego pomieszania Niech na weltlichen maßstäben, sondern na göttlichen maßstäben leben. Byśmy żyli nie według światowych wzorców, ale według Bożych wzorców. Drittens, jest die Familie die keimcele der Versammlung. A po trzecie, rodzina jest tą najmniejszą komórką zgromadzenia. In der örtlichen Versammlung sind wir nicht als Familien zusammen. Und doch sind die Familien in der örtlichen Versammlung. My w czasie zgromadzenia nie zgromadzamy się jako rodziny, ale jednak te rodziny są w zgromadzeniu. Wenn es in unseren Familien geistlich stimmt, jeżeli chodzi o duchową rodzinę, dann jest das eine gute Voraussetzung, dass es auch in der örtlichen Versammlung geistlich zugeht. To jest to bardzo ważne, aby w zgromadzeniu właśnie duchowo postępować. Keine garantie, ale eine gute Voraussetzung. To nie jest gwarancją, ale bardzo ważną przesłanką. Wenn es aber in meiner Familie nicht stimmt, kann es auch, was mich betrifft, in der örtlichen Versammlung nicht gut gehen. Jeżeli w mojej rodzinie nie wszystko jest w porządku, to też i w zgromadzeniu będzie szło niedobrze. Viertens, finden wir prinzipien, die in der Familie gültig sind, auch in der Versammlung Gottes. Bo następnym punktem ważnym jest to, że rodzina jest również obrazem na to, wszystko, co się dzieje w zgromadzeniu Bożym. Ja może wymienię dwa takie przykłady. Gehorsam, posłuszeństwo, Liebe i miłość. Gilt sowohl in der Familie, als auch in der Versammlung. Jeśli te przymioty dotyczą zarówno rodziny, jak i zgromadzenia. Fünftens, weil die Versammlung ein gegenbild ist von, nein, weil die Familie, die Ehe, ein gegenbild ist von Christus und der Versammlung. Następną sprawą ważną jest ta, że małżeństwo jest obrazem na relacje, czy relacje w małżeństwie są obrazem na relacje między Chrystusem i Jego zgromadzeniem. Sechstens, ist euch mal aufgefallen, dass der Herr Jesus auch in eine Familie hineingeboren wurde? Po szóste, czy zwróciliśmy na to uwagę, że Pan Jezus również narodził się w rodzinie? Und als einen letzten Grund, es gäbe sicher viel mehr, möchte ich nennen, der Herr Jesus in den größten leiden, menschlich gesprochen am Kreuz von Golgatha, denkt an Maria, seine Mutter. I następnym punktem, myślę, że można by ich wymienić jeszcze więcej, jest ten, że Pan Jezus nawet w tych największych cierpieniach i w zniewagach, które przechodził, myślał o swojej Matce. Familie ist wirklich ein wichtiges Thema. A więc rodzina jest bardzo ważnym tematem. Und wenn wir die göttlichen Gedanken verwirklichen, können wir ein glückliches Leben führen. Jeżeli Boże myśli urzeczywistnimy w naszym życiu, to możemy spędzić szczęśliwe życie, rodzinne i małżeńskie. Wir wollen uns nach dem Wort Gottes richten. Chcielibyśmy się kierować Słowem Bożym. Und das in einer Zeit, wo in unserer Gesellschaft alles im vollkommenen Gegensatz dazu steht. I to w takim czasie, kiedy w naszym społeczeństwie wszystko jest czynione na odwrót. Wenn wir jetzt uns ein wenig mit diesen Versen in Epheser 5 und 6 beschäftigen, dann kann ich einfach nicht auf den Gedanken des Epheser briefes im besonderen eingehen. Wir beschränken uns einfach auf die Belehrung, die für Ehe und Familie in diesen Versen liegen. My ograniczymy się jedynie do tych myśli, które dotyczą rodziny i małżeństwa. W tych wierszach. Mir liegt dieses Thema sehr am Herzen, deshalb werde ich den einen oder anderen Punkt vielleicht direkter ansprechen, als wir da sonst gewohnt sind. Ponieważ leży mi ten temat bardzo na sercu, to chciałbym niektóre rzeczy bardzo jasno i dobitnie nazwać po imieniu, co być może wyda się nam takie zbyt śmiałe. Dabei wollen wir eines nicht tun. Jednej rzeczy jednak nie chcemy czynić. Vor allem daran denken, was mein Nachbar oder meine Ehefrau, mein Ehepartner tun sollte. I nie chcemy myśleć o tym, nie chcemy myśleć o tym w czasie słuchania, co dotyczy mojego sąsiada, mojego współmałżonka. Wir wollen daran denken, was wir selbst, was ich selbst verwirklichen soll. Chcemy myśleć przy słuchaniu o tym, co ja sam muszę urzeczywistnić. Diese verse werden eingeleitet in vers 21 mit einer Botschaft an uns alle. Te wiersze rozpoczęliśmy 21 wierszem, który dotyczy nas wszystkich. Jest to poselstwo do nas wszystkich. Wie in unserem persönlichen Leben, wie in unserem Eheleben, wie in unserem Versammlungsleben geht es in erster Linie um unsere Gesinnung. Zarówno w naszym osobistym życiu, małżeńskim, rodzinnym, jak i w życiu zgromadzenia chodzi przede wszystkim o nasze usposobienie. Welche Haltung hast du, habe ich, meinem Mitbruder, meiner Mitschwester gegenüber? Jaki stosunek mam do brata, do siostry, do współwierzących. Nicht in der Familie, sondern in der Versammlung. Nie tylko w rodzinie, ale i w zgromadzeniu. Und wir verstehen Versammlung als alle Gläubigen, alle Erlösten, die den Herrn Jesus als Retter angenommen haben. A wierzących, przez wierzących rozumiemy wszystkich, którzy przyjęli Pana Jezusa jako swojego Ratownika. Einander untergeordnet in der Furcht Christi. Jedni drugim ulegając w Bojaźni Chrystusowej. Wenn diese Atmosphäre unter uns Wirklichkeit wäre, dass wir uns einander unterordnen, dass ich meinen Bruder und meine Schwester höher achte als mich selbst. Gdybym mojego Brata und moją Siostrę uważał za wyższego, wyższe od siebie. Nicht, weil sie geistlicher oder nicht geistlicher ist als ich. Nie, bez względu na to, czy on jest bardziej duchowy czy mniej duchowy ode mnie. Sondern, weil sie ein Kind Gottes ist. Dann schaffen wir eine Atmosphäre, in der der Herr Jesus wirken kann. Wir sehen gleich, dass diese Unterordnung in besonderer Weise die Aufgabe der Frau ist. Aber glaubt ihr nicht, liebe Brüder, dass wenn wir das mehr verwirklichen würden unter den Gläubigen, wir es unseren Frauen leichter machen würden. Aber ob wir, Bratia, nicht sollten wir denken, dass wenn wir selbst beherrschli einigen mit dem anderen dann auch unseren Sjösten diese Sache besser wäre das Begründnis gewesen. Wir sind nicht eher zu beherrschen als den unteren Platz einzunehmen? Czy my wszyscy nie skłaniamy sie raczej do tego, żeby panować, niż do tego, aby ten najniższe miejsce zajmować? Neigen wir nicht mehr zu uns als entschiedener, als geistlicher, als reifer anzusehen, statt bereit zu sein, den anderen zu ehren? Czy my raczej nie skłaniamy się do tego, aby panować, aby rozstrzygać, aby decydować, niż do tego, aby innego uważać za wyższego od siebie? My to czynimy z powodu Pana Jezusa, jeśli uniżamy się przed drugim. To jest to osobiste nastawienie, które szuka Pan Jezus u mnie i u ciebie. Teraz przechodzimy do nie w Drei verse stellte Apostol Paulus hier euch, die ihr Frauen, schwestern seid vor die herzen. Trzy wiersze Apostol Paweł tu w trzech wierszach zwraca się do sióstr do żon i ta überschrift über diese verse heißt seid unter geordnet. I takim nagłówkiem nad tymi wierszami mogą być słowa bądźcie uległe. Ich weiß nicht wie das hier ist jedenfalls in Deutschland kann ich euch sagen dass das absolut verworfen wird in unserer Gesellschaft. Nie wiem jak u was jest ale w naszym społeczeństwie w Niemczech to wyrażenie właściwie jest całkowicie odrzucone. Wir haben eine Regierungschefin und in dem beruf sollen die Frauen die Führung übernehmen und in dem christlichen beisammen sein in den Gemeinden sollen die Schwestern mehr und mehr die Führung übernehmen Gottes Gedanken sind vollkommen das Gegenteil. Wenn ihr dem Herrn Jesus gefallen wollt dann gilt für euch die ihr ehefrauen seid dass ihr euch euren Männern unterordnet. Bruder Darby hat einmal gesagt gehorsam ist der heilende grundsatz der Menschheit. Brat Darby napisał kiedis że posłuszeństwo jest tą leczącą zasadą ludzkości. Das gilt in diesem fall besonders für euch. To w tym przypadku jest ta rzecz bardzo ważna dla was. Denkt dabei bitte nicht dass der Herr euch wehtun möchte. Glaubt nicht dass der Herr Jesus euch wehtun möchte mit dieser aufforderung euch unterzuordnen. Aha. Rozumiem. Nie myślcie w tym momencie o tym, że Pan Jezus przez to przez ten wiersz czy przez to polecenie chce nam sprawić jakiś ból. Alles was der Herr Jesus anordnet ist zu unserem segen. Bo wszystko co Pan Jezus powiedział ma służyć ku naszemu błogoslawieństwu. Wenn er euch vorstellt dass ihr euch den männern den ehemännern unterordnen sollt. Jeżeli przedstawimy sobie, że przedstawicie sobie, że macie być uległe swoim mężom, dann tut er das in vollkommen weisheit. To i on tak mówi, oskonałe mądrości. Bo on wie, że jeżeli będziecie uległe, to to będzie prowadzić do błogoslawieństwa. Diese aufforderung, dass die Frauen sich unterordnen sollen, wird nicht den männern gegeben. To zarządzenie uległości nie jest powiedziane do mężów. Aber euch wird sie gegeben. Glaubt ihr, dass eure Kinder euch gehorsam sein werden, wenn ihr nicht bereit seid, euch euren eigenen männern unter zu ordnen? Czy wierzycie, że wasze dzieci będą wam posłuszne, jeżeli nie będziecie uległe swoim mężom? Wollt ihr, Ja des Herrn Jezus haben, dann seid von Herzen unter geordnet. Jeżeli powiecie tak Panu Jezusowi, to będziecie w swoim sercu uległe. Was heißt unter ordnen? Co to właściwie znaczy być uległym? Das heißt sich in den dienst des mannes stellen. To znaczy postawić się pod służbę męża. Das heißt bewusst abhängig sein wollen vom Mann. Das heißt świadomie być zależnym od męża. Das heißt nicht das letzte Wort haben zu wollen. To znaczy nie chcieć mieć ostatniego słowa małżeństwie. Das heißt den Mann vorgehen zu lassen. To znaczy zaakceptować męża idącego z przodu przed nami. Ich hoffe, dass keiner von uns männern eine Frau möchte, die immer nur ja sagt. Ja myślę, że żaden z mężów też nie chce mieć takiej żony, która by tylko mówiła tak jest. Bo to nie znaczy uległość. Ihr sollt als Frauen euren ehemännern eine Hilfe sein. Wenn ihr seht, dass wir einen falschen Weg gehen, habt ihr die Verantwortung uns das zu sagen. Wenn ihr seht, dass wir brüder euren ehemänner vielleicht in einer schlechten Weise etwas sagen, jeżeli widzicie, że my bracia mężowie w jakiś zły sposób coś mówimy, dass wir vielleicht mit einem anderen Bruder, anderen Geschwistern in einer schlechten Gesinnung umgehen, jeśli my śmy na przykład z Bratem czy siostrą czy z kimśkolwiek z gromadzeniem źle się obeszli, dann habt ihr die Verantwortung uns das zu sagen. Aber dann ist eure Verantwortung damit auch getan. Das ist eure Verantwortung das zu sagen und dann überlasst ihr den Männern euren ehemännern wie sie damit umgehen. Wohl uns Männern wenn wir einen Rat annehmen. Lepiej było czy my mężowie przyjmiemy tą Radę. Wohl uns wenn wir ehefrauen haben die nicht einfach immer nur sagen wunderbar was du tust. Lepiej by było gdyby ście nie mówiły do swoich mężów zawsze to co ty czynisz wszystko jest cudowne. Aber wohl auch den Männern die ehefrauen haben die sie unterstützen in ihrer Arbeit in ihrem Dienst. In Vers 22 wird das Motiv genannt warum ihr euch unterordnet. Wir z tym drugim wierszu znajdujemy jeszcze Motiv dla którego macie być uległe. Weil ihr euch dadurch und nur dadurch dem Herrn Jesus auch unterordnen könnt. Że wy przez to jesteście uległe Panu Jezusowi. Euer beweg grund ist also den Herrn zu eren dadurch. A więc tą najważniejszą pobudką jest to aby przez to uczcić Pana. Wiem ordnet ihr euch unter den geistlichen ehemännern? Ordnet ihr euch nur den geistlichen ehemännern unter? Czy uległość dotyczy tylko duchowych mężów? Das fällt jedem leicht. To ta uległość dotyczy każdego przypadku. Treue beweist ihr wenn ihr euch auch dann uns männern unterordnet wenn wir einmal ungeistlich sind. Wierność też polega na tym, że jesteście uległe mężom jeśli oni okazują się nieduchowi. Denn der grund eurer unterordnung gdyż powodem waszej uległości jest nie to jakim jest mąż ale tym powodem zasadą tej uległości jest porządek stworzenia. Gott hat das so angeordnet. Tak zarządził Bóg. Deshalb ist es zu unserem Segen. Das Ziel der unterordnung ist, dass ihr gesegnet werdet. Hier wird das genannt, dass der Herr Jesus des Leibes Heiland ist. Wir czytamy, że Pan Jezus ist Zbawicielem Ciała. So wie er der Heiland des Leibes ist tak jak on jest Zbawicielem Ciała, so werden die ehemänner von euch, wenn ihr euch unterordnet zu eurer Fürsorge und zu eurem Segen sein. Tak też i mężczyźni, mężowie, jeśli jesteście im ulegli. On jest ku waszemu błogosławieństwu i prowadzeniu czy żywieniu. Ich hoffe, wir sind das auch als Heißt das, dass das eure einzige Aufgabe ist, euch euren ehemännern unterzuordnen? Czy oznacza to, że tym jedynym zadaniem waszym jest uległość? Das Arbeitsfeld einer gläubigen Frau ist gewaltig groß. Myślę, że pole działania czy pole pracy żon jest niesamowicie wielki. natürlich an erster stelle steht, dass ihr eure ehemänner und eure Kinder lieben sollt. Na pierwszym miejscu jest napisane, że wy powinniście miłować mężów i wasze dzieci. Zweitens, dass ihr euch um den Haushalt kümmert, Titus 2. Po drugie, że wytroszczycie się o dom drugi rozdział listu do Titusa. Aber was habt ihr drittens für eine gewaltige Aufgabe Kinder zu dem Herrn Jezus zu führen. Ich habe keinen zweifel, dass mehr Kinder, ich glaube, mehr Menschen zum Glauben gekommen sind durch Mütter als durch Männer. Ja myślę, że więcej dzieci doszło do wiary w Pana Jezusa przez pracę nie wjazd matek niż przez pracę mężczyzn. Glaubt mir den Lohn dafür schon hier auf der Erde aber erst recht im Himmel wird gewaltig dafür sein, wenn das euer Ziel ist. Myślę, że ta zapłata dla was już tu na ziemi, ale też i w niebie jest tym celem. Was ist das etwas herrliches, wenn man Kinder hat, die an den Herrn Jesus glauben und die man weiterführen darf im Leben mit dem Dzieci które uwierzyły i które można prowadzić dalej ku Panu Jezusie. Jeśli macie też czas, to czytacie Dzieciom Biblię każdego poranka. Tut das. Czyń to. Mit ihnen beten. Mut się razem z nimi. Natürlich nach 1. Korinther 11 mit bedecktem Kopf. Oczywiście według Listo do Korinthian 1 11 rozdział z nakrytą głową. Ale wy w zasadzie macie lepszy sposób i łatwiej potraficie dzieciom wyłożyć te rzeczy niż my mężczyźni. Jeśli macie małe dzieci, vielleicht sind in eurer nachbarschaft auch Kinder. Vielleicht sind in eurer nachbarschaft, auch Kinder. Habt ihr euch mal überlegt, ob ihr da nicht auch eine Aufgabe habt? Vielleicht habt ihr ungläubige Nachbarinnen. Habt ihr schon mal einen Gedanken daran verschwendet, da auch eine Aufgabe zu sehen? Czy nie myślały ście o tym, że i tutaj znajduje się zadanie dla was? Natürlich habt ihr auch eine gewaltige Aufgabe, ein Vorrecht Gastfreundschaft zu üben. Równiesz macie też wielkie zadanie i przywilej, aby być gościnnymi. und ein besonderes Vorrecht habt ihr auch, wenn eure Männer als Brüder am Ort oder darüber hinaus tätig sind, ihnen die Hände zu stärken. Glaubt nicht, dass największą, najważniejszą służbą ta, która jest widziana z zewnątrz. Natürlich jest wichtig, das Wort Gottes zu predigen. Jest ważne, abyśmy głosili Słowo Boże, ale Boże miary są inne niż nasze. So seid von herzen euren ehemännern untergeordnet. Gdzie jest to miejsce, w którym macie być uległe swoim mężom. Siedem razy czytamy o tym w Nowym Testamencie. Tak ważne jest to dla Pana Jezusa. To jest dla waszego błogosławieństwa. Teraz mężczyźni są zmiankowani w tych wierszach. Czy liczyliście już kiedyś ile wierszy poświęconych jest niewiastom? A ile wierszy dotyczy nas? Drei razy tyle. A jakie jest to pierwsze zalecenie, które my otrzymujemy? mężowie miłujcie żony swoje. Czy myśmy nie dlatego wzięli sobie żony, ożenili się? a jednak jesteśmy pomimo tego napominani. I to nie tylko raz. Również w liście do Kolosa jeden raz. zalecenie, to jest nasza wielka słaboszka. Co to znaczy miłować? Dienen. Służyć. Czy już kiedyś tak widziałeś swoje małżeństwo, że powinieneś w nim żonie służyć? nie to, żeby ona służyła, tylko żebyś ty jej służył. My nie jesteśmy paszami w naszym małżeństwie. My jesteśmy sługami naszych żon. Wie kann man lieben noch anders erklären? Jak można miłość inaczej wytłumaczyć? Lieben heißt die wahren bedürfnisse in diesem fall der Frau kennen zu lernen und zu stillen suchen. Oznacza to, aby zauważać te potrzeby żony i zaspokajać je. Nicht bedürfnisse, die vielleicht die Frau nennt. Nie potrzeby, które być może żona nazwie czy wypowie, sondern die wirklichen, die wahren bedürfnisse der Frau. Ale te rzeczywiście wewnętrzne potrzeby żony. Um diese bedürfnisse stillen zu können, muss ich sie kennen. Aby móc takie potrzeby zaspokoić, trzeba je znać, poznać. Weißt du eigentlich, was deiner Frau wichtig ist? Hast du schon mal mit ihr darüber gesprochen? Czy już na ten temat z nią rozmawiałeś? Nach 1. Thessalonicher 5 wird der Mensch in drei kategorien unterteilt. W 1. liście do Thessalonicher 5 człowiek jest tam pokazane czy pokazane są trzy kategorie ludzi. Geist, Seele, Leib. To znaczy część z których składa się człowiek więc duch, dusza i ciało. Nasze żony mają duchowe potrzeby. Unsere frauen haben seelische potrzeby. Duszevne potrzeby mają również potrzeby ciała. Und wir sollten uns nicht der illusion hingeben, sie hätten die bedürfnisse die wir haben. I nie powinniśmy ulegać takiej iluzji, aby myśleć, że one mają takie potrzeby, jakie my mamy. Wir haben gesehen in vers 33, dass man und frau einfach unterschiedlich sind. My śmy czytali w wierszu 33, że mąż i żona różnią się od siebie. Und so wollen wir auch unsere Frauen lieben, wie sie sind. Und my właśnie mamy tak miłować nasze żony, jakimi one są. Geistliche bedürfnisse sind vielleicht vergleichbar für viele Frauen. Może te duchowe potrzeby są podobne u wielu niewiast. Und die kommen natürlich an erster Stelle. Und one oczywiście są na pierwszym miejscu. Na przykład duchową potrzebą jest to, aby się modlić do Pana Jezusa. Darby ich Dich fragen, wann du das letzte mal mit deiner Frau gebetet hast? To teraz mam pytanie, kiedy ostatnio raz modliłeś się ze swoją żoną? Nie myślę tutaj o modlitwie przy jedzeniu, sondern abends, wenn die Kinder vielleicht im Bett sind oder wenn ihr noch keine Kinder habt, so ihr zusammen. Es ist ein Bedürfnis, dass wir die Gedanken Gottes besser kennenlernen. Wann haben wir das letzte Mal mit unseren Ehefrauen die Bibel zusammen gelesen? Kiedy ostatni raz czytaliśmy z naszymi żonami Biblię? Ja myślę czytali, to znaczy również na ten temat rozmawiali, nie myślę o przeczytaniu fragmentu, zamknięciu Biblii i idziemy dalej, ale kiedy śmy razem rozmawiali na temat Biblii z żoną. In unserer Ehe brauchen wir sowohl ein gemeinsames geistliches Teil, als auch ein persönliches. My w naszym życiu małżeńskim mamy ten dział wspólny duchowy, jak i osobisty. Das heißt, ich muss weiter auch persönlich die Bibel lesen. To znaczy, że ja muszę też dalej czytać Biblię osobiście. Denn ich bleibe persönlich ein Kind Gottes, nicht nur als Ehemann oder Ehefrau. Nie, że ja jestem dalej dzieckiem Bożym jako małżonek czy żona. Das gleiche gilt für das Gebet. Ich brauche auch persönliches und gemeinsames Gebet. Aber wir als Christen das soll uns doch als erstes kennzeichnen, dass wir durch Gottes Wort und durch Gebet geprägt sind. Aber my właśnie Dzieci Boże cechujemy się tym, że modlimy się i czytamy Biblię. Prägt unser Eheleben, unser Familien Leben, das Wort Gottes und das Gebet. Czy my właśnie to czynimy, czy cechuje naszą rodzinę czytanie słowa i modlitwa? To stoi na pierwszym miejscu. Czy mówimy również o doświadczeniach, które mieliśmy z Panem Jezusem? Myślę teraz o małżeństwie. Weißt du, lieber Bruder, was deine Frau so geistlich in dem Leben mit dem Jezus bewegt? Czy ty, bracie, wiesz, co przeżywa twoja żona w tym zakresie duchowym? Weißt du, wie es deiner Frau geistlich geht? Czy ty wiesz, jak duchowo jej się powodzi? Lieben heißt, dieses bedürfnis deiner Frau zu sehen und dem eine Antwort zu geben. Deine Frau hat auch geistige bedürfnisse. Również żona ma te duszevne potrzeby. Vielleicht hat deine Frau den ganzen Tag mit kleinen Kindern sich unterhalten. Może twoja żona cały dzień przebywała z dzieckiem. Du hast den Tag lang mit Kollegen ganz normal reden können. Mit Kollegen Arbeitskollegen. Du hast den ganzen Tag vielleicht mit Arbeitskollegen sprechen können. A ty miałeś możliwość rozmawiać cały dzień w pracy ze swoimi kolegami z pracy, że ona zajmowała się dzieckiem i rozmawiała z tym dzieckiem. Jetzt kommst du abends nach hause. Teraz przychodzisz wieczorem do domu Twoja żona chętnie by przynajmniej pół godziny chciała porozmawiać z tobą. Eben nicht in der hektik und nur mit kleinen Kindern. Nie tylko w tym stresie związanym z rozmową z moimi dziećmi i pracą z nimi. Natürlich du bist abgespannt du hast gearbeitet meinst du deine frau nicht und trotzdem kommst du nach hause und hast keine Zeit mit deiner Frau zu reden. A pomimo tego przychodzisz do domu i nie masz żadnego czasu aby z żoną porozmawiać. Viele von uns männer brauchen das nicht. Wielu z nas mężczyzn nie potrzebuje tego. Ale miłość nie oznacza tego wypełnianie tego co ja potrzebuję tylko właśnie tego co potrzebuje żona. Dann bin ich bei der seelischen Seite. A więc jesteśmy przy tej stronie duszevnej. Vielleicht braucht deine Frau dich einfach mal abends eine halbe Stunde bei ihr. In ihrer Nähe. Może wystarczy tylko żonie tyle, że przez pół godziny będzie po prostu przy tobie. Hast du diese Zeit oder sitzt du gleich an deinem Computer oder liegst unter deinem Auto. Vielleicht will sie gar nicht viel reden, sondern einfach mal, dass ihr Mann da ist, wo sie ist. Może nie chodzi w niektórych przypadkach o rozmowę, tylko chodzi o samo przebywanie. Die Seite der Seele ist auch, dass eine Frau von ihrem Mann geschätzt werden möchte. Wann hast du deiner Frau das letzte Mal gesagt, dass du sie liebst? Vielleicht brauchst du das nicht. Aber vielleicht sie. Weißt du das? Das musst du selber herausfinden. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Vielleicht möchte sie einfach mal einen Blumenstrauß haben. Darüber würde sie sich freuen. Oder einfach den ersten Brief nach der Verlobungszeit. den ersten Brief nach der Verlobungszeit. Nein, einen Brief, den man neu schreibt. für für die Brief. Oder kann schreiben eine liste für Frau und sie den liste. Ich weiß es nicht. Du musst mit deiner Frau darüber reden und das herausfinden. Ich weiß nicht. Du musst wissen, was sie braucht. Und dann gibt es noch die körperliche Seite. In unserer Gesellschaft spricht man nur darüber. Und das oft in sündiger Weise. Und das oft in zły ist dobre. Die körperliche Seite umfasst eine ganze Breite. Die strona cielesna ist bardzo szeroka. Vielleicht möchte deine Frau einfach mal einen spaziergang hand in hand mit ihr machen. Może deine żona chce tylko z tobą iść na spacer oder eine umarmung. Oder pragnie tego, aby sie objęł ramienem. Denk an deine Frau. Pomyśl o swoje żonie. Nicht an das, was du brauchst. Und wie sieht es aus, wenn Mann und Frau intim zusammen sind? Suchst du dich oder suchst du die Freude deiner Frau? Lieben heißt, dass die Frau ein erster stelle steht. Miłość oznacza, polega na tym, że żona stoi na pierwszym miejscu. Glücklich als ehemänner werden wir dann sein, wenn wir nicht uns selbst, sondern unsere Frau glücklich machen. Szczęśliwe ist to życie małżeńskie, kiedy my nie szukamy swoich rzeczy, tylko tego, co jest żonę i stawiamy te rzeczy na pierwszym miejscu. Das heißt nicht, dass für euch Frauen nicht dasselbe gilt. Das wird nicht so ausführlich in der Schrift dargestellt, weil das für euch als Frauen eher selbstverständlich ist. Gdyż dla was nie wjazd małżeństwo jest rzeczą oczywistą, jasną. Aber denkt auch ihr als Frauen daran, dass die bedürfnisse eurer Männer in diesen drei Bereichen sind als die euren. Aber pamiętajcie auch dass die drei Begriffe sind andere als was und Männern wird der Maßstab der Liebe vorgestellt. Vers 25 wie auch der Christus die versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. W 25 wierszu czytamy o tym, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zain samego siebie. Liebe heißt Hingabe. Miłość oznacza Poświęcenie Danie się Oddanie się Christus hat sich ganz für uns hingegeben. Pan Jezus oddał się całkowicie dla nas. Ob wir wohl bereit sind uns auch für unsere Ehefrauen hinzugeben. A jak dalece my jesteśmy gotowi naszym żonom się poświęcić oddać. Noch ein letzter allgemeiner punkt. Jeszcze jeden taki ogólny punkt. Liebe ist kein Gefühl. Miłość to nie jest uczucie. Es ist schön, wenn Eheleute auch später noch verliebt sind. Aber verliebt sein ist keine Liebe. Gefühle können in die Irre führen. Bo uczucia sehr schnell können uns in man auf auf man wir die von dem Herrn Jezus geschenkt bekommen haben wissen das alle. Wir die von dem Herrn Kinder bekommen haben wissen dass Gefühl nicht Liebe ist. Wir die von dem Herrn Jezus Kinder geschenkt bekommen haben. Wir die von wissen dass Gefühle uns in die Irre führen können. Wenn wir nachts im Bett liegen und unser Kind schreien hören ist unser Gefühl uns schlafen zu stellen. To nasze Uczucia pobudza nas żeby wstać. Liebe ist aufzustehen. Aha, przepraszam. Żeby chcemy spać, ale wstajemy i idziemy do dziecka. Miłość nas do tego porusza. Liebe ist also eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung unserer Frau zu dienen. A więc miłość jest tym świadomym decyzją służenia żonom. In Vers 26 sehen wir die Tätigkeit der Liebe. Die Fürsorge in allem für unsere Ehefrauen. In Vers 27 sehen wir das Ziel der Liebe. In Vers 27 sehen wir die Liebe. Unsere Frau zu ehren und ihr Freude zu bereiten. Aby nasze żony uczcić i sprawiać im radość. Ob wir uns immer vor unsere Frauen stellen? Czy zawsze stawiamy się tylko do dyspozycji naszym żonom? Ob wir nie vor anderen ein negatives wort über unsere Frauen finden? Czy nie znajdujemy żadnego negatywnych myśli o naszej żonie? ob nie ironisch über unsere Frauen sprechen? I wtedy kiedy nie mówimy ironicznie o naszych żonach. Christus ehrt uns und wird uns sogar verherrlichen. So sollen wir mit unseren Frauen handeln. Vers 28 finden wir die Notwendigkeit der Liebe. Liebe. W 28 wierszu widzimy tą konieczność miłości. Das ist uns nicht freigestellt. Das ist nicht uns überlassen, ob wir lieben. To nie ist nam pozostawione do dyspozycji, czy miłujemy. Wir sind schuldig, sie zu lieben. Es napisane, że my jesteśmy winni miłować. Vers 29 finden wir den Inhalt unserer Liebe. W 29 wierszu widzimy treść naszej Miłości. My żywimy i pielęgnujemy. In Vers 29 am Ende finden wir das Motiv der Liebe. Pod koniec tego wiersza znajdujemy motyw tej Miłości. Christus. Vers 31 finden wir den Rahmen der Liebe. W 31 wierszu oglądamy ramy tej Miłości. Das ist die Ehe. To ist małżeństwo. Außerhalb der Ehe gibt es keine solche Liebe. Poza małżeństwem nie ma takiej Miłości. In Vers 32 finden wir das Gegenbild der Liebe. W 32 wierszu znajdujemy obraz przeciwny odbicie Miłości. Und durch dieses Gegenbild verstehen wir welch eine hohe Verantwortung wir als Ehemänner haben. So wie Christus so sollen wir. Tak jak Christus tak powinniśmy und wir. Damit noch ganz kurz zu Kapitel 6 Vers 4 zu Erziehung. Ist das nicht wieder auffallend dass nicht die Mütter angesprochen werden sondern wir Väter? Natürlich haben wir die höhere Verantwortung. Aber offensichtlich weil auch in Kolossa 3 wir Väter erwähnt werden. Aber vielleicht deswegen dass wir Väter diejenigen sehr schnell falsch handeln. Wir sollen unsere Kinder nicht zum Zorn reizen. Wir können unsere Kinder überfordern. Wir können übermäßig streng sein. Wir können ihren Freiraum so eng machen, dass wir ihre Seele, ihr Herz verwunden zranimy ich serde und dusze. Wir werden aufgefordert sie zu erziehen. sind beantwortet um sie zu erziehen. Wohin sollen wir sie ziehen? Gdzie müssen sie erziehen? Oder in welchem Richtung? Zu dem Herrn Jezus. Wir haben also als Väter die Verantwortung unsere Kinder zu dem Herrn Jezus zu führen. Wunderbar, wenn unsere Ehefrauen das übernehmen. Cudowne, dass unsere Węsche das auch tun. Aber die Verantwortung haben wir. Aber selbst wenn unsere Kinder Gott sei Dank errettet sind, sind, ziehen wir weiter zu dem Herrn Jesus. Unser Ziel darf doch nicht sein, dass unsere Kinder Abitur machen oder studieren. Wenn das der Weg des Herrn für sie ist, ja. Aber dafür beten wir doch nicht, oder? Wir beten doch dafür, dass sie gläubig werden. Und ist dann unser Gebet zu Ende? Bitten wir nicht gleich weiter, dass sie den Herrn Jesus in ihrem Leben ehren? Beten wir nicht weiter, dass sie dann später auch einen gläubigen, entschieden lebenden Ehepartner finden? Da fangen wir doch nicht erst mit an, wenn sie 18 sind. Sondern das ist doch gleich unser Wunsch, wenn sie den Jesus als Retter angenommen haben. Zucht und Liebe gehören zusammen. viel Zucht und wenig Liebe führt dazu, dass Kinder hart werden. Viel Liebe und wenig Zucht führt dazu, dass Kinder einen eigenen Weg gehen. zu dem Herrn Jesus führen. Wir können unsere Kinder nicht bekehren. Und wir sind auch nicht diejenigen, die sich auf die Schulter klopfen können, wenn sie sich bekehrt haben und einen guten Weg gehen. Aber wir wollen unsere Verantwortung sehen. Das wichtigste Erziehungsmittel ist das Vorbild. Wenn ihr als mutter euch euren männer nicht unterordnet, wie wollt ihr verlangen, dass eure Kinder gehorsam sind. Wenn ich meine Ehefrau nicht liebe, wie will ich erwarten, dass meine Kinder den Herrn Jesus lieb haben? Wenn ich nicht regelmäßig in der Bibel lese, wie soll ich erwarten, dass meine Kinder das tun? Dasselbe gilt auch für das Gebet. Wenn ich bei der kleinsten Kleinigkeit nicht zu den Zusammenkünften komme, wenn meine Kinder lernen, diesen Wert der Versammlungsstunden zu erkennen, wie meine Kinder lernen, was bedeutet, was die Werte haben, ich eine Sünde, die ich meinen Kindern gegenüber begehe, wenn ich zu hart bin, nicht bekenne, wenn ich zu schwer und das zu wissen, wie meine Kinder lernen, ihre Sünden zu bekennen, wie meine Kinder müssen lernen, zu wissen, ihre Grzächer nicht, dass das Bekenntnis vor deinen Kindern, wenn sie gesündigt hat, dass es dich klein in ihren Augen macht. Lass uns eine Brücke des Vertrauens für unsere Kinder bauen. Lass uns Zeit nehmen, wenn unsere Kinder klein sind. Weiß wir so Zeit wenn unsere Kinder sind małe spänzajmy z nimi Chance. Wenn wir für unsere kleinen Kinder keine Zeit haben, haben unsere großen Kinder für uns keine Zeit mehr. Und lasst uns nicht glauben, dass wenn wir unseren Kindern Grenzen setzen, das dazu führt, dass sie dagegen letztlich aufbegehren. Und nicht wir auch wenn unsere Kinder zu gehorsam erzielen, wenn wir Kinder zu gehorsam erzielen, dann werden sie den ersten wesentlichen Akt des Gehorsams ihrer Bekehrung auch erleben. Erziehung ist vielleicht eines der schwersten Dinge für uns als Gläubiger. Ich glaube, wir alle brauchen darin Gnade. Die wollen wir von unserem Herrn Jesus erbeten. Erbeten. Te chcemy uprosić od Pana Jezusa. Dank Schönen.